Hi, jetzt ein paar Infos zum Teatree Lavender Mint Moisturizing Conditioner. Der Teatree Lavender Mint Moisturizing Conditioner ist ein sehr, sehr reichhaltiger Conditioner. Er entwirrt euer Haar sofort und ist ideal geeignet für ein sehr trockenes, strukturgelassenes Haar. Eine kleine Menge ins feuchte Haar reingeben, kurz einwirken lassen und wieder ausspülen. Und ihr merkt sofort den Unterschied. Ihr habt eine tolle Geschmeidigkeit im Haar, ein super entwirrtes Haar und eine tolle Kennbarkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Teatree Lavender Mint Moisturizing Conditioner. Bis zum nächsten Mal.